Mittwoch, der 19. Dezember 2018. Es ist 18.25 Uhr. Jetzt live mit Fiebern bei der Ziehung der Lottozahlen mit Chris Fleischauer. Ja und da sind wir wieder. Willkommen zu Lotto am Mittwoch. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Gleich rollen Sie wieder Deutschlands beliebteste Kugeln und Sie können wie immer natürlich live mit Ihrem Lotto-Schein dabei sein und sofort sehen, ob Sie sich vielleicht den Millionen auch etwas nähern. Dann wollen wir mal beginnen. Kugeln und Ziehungsgeräte sind natürlich wie immer im Vorfeld ordnungsgemäß überprüft worden. Ich drücke die Daumen. Ihnen allen an dieser Stelle jetzt viel Glück. Ja, insgesamt 9 Euro im Euro. Macht die Ehe und den zweiten Jackpanz von 6 aus 9 und 40 und den Zusatzlottalier im Spiel 77. Für einen Supersechser hat es den 8 am Samstag für niemanden gereicht. Vielleicht ja heute. Bei 6 aus 9 und 40 geht es um die Rüge, Sie haben es ja schon gesehen, um rund 5 Euro. Und die erste Lotto-Schein ist die 41. Zwei ein-fache Sechser. Die beiden ersten vergangenen Samstag, einer in Baden-Württemberg und einer in Baden-Württemberg und einer in Baden-Westfalen. Und jeder der beiden Glückliche bekommt jetzt der Akkord rund 824.000 Euro. Glückwunsch. Die nächste Lotto-Schein ist die 34. Spiel 77. Wie gesagt, erneut ebenfalls nicht gekackt. Übrigens zum sechsten Mal in Folge nicht. Rund 4 Millionen Euro haben sich dort mittlerweile angesammelt. Und die gibt es hier natürlich nur dann, wenn sie sich auf den Kortzen gesetzt haben. Die nächste Lotto-Schein ist die 19. Bei der Zusatzlottalier im Supersechster konnten wir viele Spieler mit je 100.000 Euro bedürfen. Die kommen aus Baden-Württemberg, aus Sachsen und gleich zweimal aus Nordrhein-Westfalen. Glückwunsch. Das wird es einstellig. Mit der 4. 41 Ziehungen ist jetzt nun schon die 43. Heute im Jahr wieder mal praktisch dabei. Nicht mehr ausgerüstet worden. Wurde in diesem Jahr auch erst siebenmal ausgerüst. Und in der Jahresstatistik legt sie derzeit den vierten Platz von hinten. Die vorletzte, die 32. Und auf dem letzten Platz, derzeit wurde die Zahl 21. Und dann müssen wir die Verzeichen auch nur 20. Und dann muss sie einmal ausgerüstet worden. Und auch die letzte ist es nicht, denn es ist die 12. Das sind sie also, die sechs Richtigen am heutigen Mittwoch. Und mit denen geht es jetzt natürlich nahtlos weiter mit der Ziehung der Superzahl. Damit schmeißen wir also das nächste Ziehungsgerät an. Und ich sage, wie immer, Ihnen allen an dieser Stelle nochmals viel Glück. Insgesamt sind es 14,8 Millionen Euro in der Ausspielung. Und wie gesagt, rund 5 Millionen Euro. Ebenzeit kommt von 6.049. Und nochmal 4 Millionen beim Spiegel. Und 70, wenn Sie damit gemacht haben. Die Gewinnzahl wäre nicht gleich. Hier erstmal die Leute die Superzahl. Das ist die 4. Jetzt gibt es natürlich nochmals Gelegenheit zu mitschreiben. Hier sind alle Gewinnzahlen. Vor allem natürlich erstmal die Lottozahlen. In richtiger Reihenfolge. 4, 12, 19, 32, 34, 41 und die Superzahl 4. Weiter geht es mit den Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Die werden ja bereits immer im Vorfeld zur Liveziehung ermittelt. Und wir beginnen mit dem Spiegel 77 und 4 Millionen Euro. 9, 7, 2, 3, 9, 5, 1. Und noch die Gewinnzahlen der Lottozahlen super 6. Da gewinnt 7, 1, 8, 0, 1, 7. Auf lotto.de finden Sie wie gewohnt natürlich wie immer nochmals alle Gewinnzahlen der heutigen Beziehung zum Nachlesen. Und damit sind wir schon wieder durch. Das war Lotto am Mittwoch. Ich wünsche Ihnen allen jetzt an dieser Stelle ein besinnliches Weihnachtsfest. Einen fleißigen Weihnachtsmann. Und wenn Sie mögen, dann sehen wir uns nach Weihnachten in aller Frische und ein bisschen vollgefressen sicherlich wieder. Bis dahin viel Spaß mit meinem Kollegen Miriam und Ihnen allen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss, machen Sie es gut. Lotto 6 aus 49 spielen beim Original.